Mein Name ist Adrian Sieber, ich bin der Sänger von The Lovebox und bin auch zu Gast auf dem Floss. Wenn du gerade ein Album draußen bist und du warst in der Zeit, dann sprechen die Leute an. Die Zeiten, in denen die Leute hinterher geredet haben, hatten wir ganz am Anfang, wenn wir noch Teenager waren. Eigentlich bin ich gar nicht wegen des Lortags hier. Aber ich bin eigentlich hier, weil nächste Woche, am Mittwoch, ich bin in Reading Street. Ich bin gerade am Installieren vom O-B-Gerzen. Ah, nicht von der Wohnung? Nein, nicht von hier. Sind Sie dann speziell grosse Fans? Nein, meine Freundin. Ja, das muss ich. Ja, das muss ich. Aber so wüsstest du, was in Reading Street spielt. Nein, was? Ich weiss ja auch, wer es spielt. Ich habe einfach mal ein Video gesehen und das hat mir so gefallen. Ich dachte, wow, das ist eine coole Band. Dann habe ich einfach die CD geholt. Ich konnte gar nicht los, einfach gewusst, das ist gut. Ja. Es gibt ja Künstler, die finden wie eine Bühnenperson für sich. Ja. Und die gibt es bei mir nicht. Ich bin eigentlich eins zu eins. Ich meine, ich laufe so rum den ganzen Tag, wie ich dann auf der Bühne stand. Also es ist eigentlich, ähm... Von dem her gibt es eigentlich einfach einen Adrian. Und der ist immer gleich. Ja. 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 Ja.